Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder mit The Forest. Wir sind nicht alleine, mein Bruder ist auch wieder dabei. Demnächst kommt ja die Fortsetzung von The Forest, Sons of The Forest, soweit ich weiß. Und wir hatten uns das Ziel vorgenommen, in Steam alle Achievements zu schaffen. Und ja, wir haben einfach mal ein bisschen drauf losgezockt. Und versuchen nebenher noch die restlichen Achievements zu bekommen. Denn wir haben ja eigentlich schon einmal The Forest komplett durchgespielt. Aber eben nicht mit allen Steam Achievements. Ich wünsche euch viel Spaß, los geht's. Von hinten kam noch Schreie. Alter, was ist mit ihm los? Töte ihn mal. Alter! Junge! Ich würde in die Basis gehen, wenn ich du will. Das ist noch mehr, gell? Ich weiß. Der geht in die Falle. Nee. Ja, aua. Hey, er lässt mich nicht rein! Er macht den Türsteher. Lol, er ist gestorben, der andere. Wir können auch mal ein Floß bauen oder sowas. Vielleicht sehen wir dann... Aber ich bin der Käpt'n, okay? Ich hab' ne Molotov-Stock rein. Glückwunsch! Ich lenke, du lenkst gar nichts. Wir brauchen jetzt erstmal einen Totenkopf. Warte. Auch hier oben. Jetzt gleich. Und hier vorne, damit sie wissen, dass wir Piraten sind. Scheiße, hast du einen Stock? Ich glaube, wir hatten noch nie ein Boot. Da läuft jemand, einer am Wasser. Wink ihm mal. Huuu! Hallo! Kommt er? Nö. Au! Ey, er hat getroffen! Wie komm ich wieder hoch? Hilfe! Hilfe! Wuhu! Boom! Hast du sie zerhackhäcklet? Sie sind tot! Rüber! Da sind noch zwei. Du siehst aus, wie so eine alte Frau beim Gesundheitsschwimmen. Warum gibt's hier auf dieser Insel original nichts? Ich hab's achievement! Ich hab's auch bekommen, danke dir! Also man kann hier safe wegspringen, Gerd. Oder? Haben wir da ein Zeichen? Nein, was für Zeichen, Digga. Ich geb dir gleich ein Zeichen. Ich spring da jetzt weg. Mach halt! Ja, mach ich. Ohne Scheiß. Okay. Ist schon gezündet. Los geht's. Geh weg. Zack, Feuer frei! Boom! Du hast die Mühe getötet. Hat nicht... Ich bin nicht vegan. Okay, hat nicht geklappt, Magna. Aber ich hab noch eine Schiefe bekommen. Ja, was für einst. 20 Explosives zünden. Hier ist ein Höhleneingang. Hä? Ich bin rein, ich bin rein, ich bin schon drin, ey. Ich seh nichts, es ist sackdunkel. Es ist wieder unter Wasser. Es ist eine Unterwasserhöhle. Ich film nach oben zu dir. Ah, okay, wir brauchen einen Taucheranzug, dann kommen wir nochmal hier zurück. So bringen wir uns nur umlaufen. Ich hab die Auster gegessen. Sind ja zehn Leute um uns rum? Ne, die haben zu sehr Angst. Wenn die wissen, dass hier Captain Bad Boy da ist, keine Chance sein. Ja, wir werden essen. Hi, hi, hi. Hier ist ein Hi. 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 Da, töte ihn, töte ihn. Angriff. Da. Siehst du ihn? Hi. Boah. Er ist tot. Nice, wir haben das Achievement, Leute. Angriff. Ich schwöre, wir laufen zurück. Dieses Boot ist so langsam, ey. Perfekt, voll daneben. Hat's geklappt? Oh, Ehre. Biii. Oh, ich bin reingefallen. Alter. Pistole, nice. Und was ist da? Klick mal E. Da ist ein Totenkopf mit E. Was passiert? Nichts. Geh mal weg. Geh mal weg. Ich brauch zwei dafür. Ja, hallo. Ich seh dich nicht. Wo? Da steht einer, hinter dir. Zwei. Ich dreh mich gerade so um. Ich seh so den Typ. Ich denk mir so, hä? Seit wann siehst du so aus? Ich hab mich gerade echt so kurz gedacht, hä? Seit wann siehst du so hässlich aus? Ey, die haben den Busch mit den Bären umgemacht. Umgehauen. Gerhard kämpft gerade um sein Leben. Ey, mein Busch mit den Bären. Da ist noch einer, by the way. Ey, mein Busch. Oh, geil. Pfeil. Oh, mein Gott. Ich kann's nicht dranhängen. Junge, hier ist das Bärenparadies, Alter. Ich hab alle. Trophyhänte. Laber nicht. Ich hab das Tier entdeckt. Danke, Buch. Danke, Buch. Wenn du merkst, dass du auf einer Insel lebst und langsam paranoid wirst, danke, Buch. Er will nicht in die Falle. Er ist in die Molotow-Falle gelaufen. Jetzt brennt er. Die war nicht für ihn. Die war nicht für ihn. Er brennt und er zappelt jetzt. Was ist los mit ihm? Er zappelt. Jetzt hört er auf. Nee, durf nicht. Er hat gerufen. Er brennt wieder. Hä? Und er ist gestorben. Okay. Schlag-Anfall? Ja. Sag ihn mal und tu ihn. Ist er zweimal... Hast du zwei Fallen aufgestellt? Einen. Er hat irgendwie auf einmal aufgehört zu brennen und dann hat er wieder angefangen zu brennen. Schau dich mal an. Nein, ich guck ihn nicht an. Junge, du hast einfach ein Reh an deiner Brust. Sag mal, mach das Screen und schick mir. Ja, du musst jetzt aufs Video warten in zwei Jahren. So, let's go. Warte, warte, bevor wir gehen. Was? Ich schick mir denn nicht. Was? Okay, mach auf den A. Boom. Oh, ne, oh, oh, Alter. Sie juckt es gar nicht, wenn ich auf sie schieße. Aber sie chillt gerade. Alles gut. Sie brennt. Sie brennt. Jetzt chillt sie nicht mehr. Warum hast du sie angezündet? Ja, noch nie so easy getötet. Ja, weil ich 20 Pfeile auf sie geschossen habe. Doch, hier ist es. Echt? Du, nur... Ich zünd schon mal an. Feuer frei. Zack. Boom. Hey, wir hören noch kein Samper. Die Ding. Hab's gefunden. Und ein Seil. Gut, dass ihr hier nie diese exclusive Waren bekommt. Ja. Das kriegen nur die Leute. Die zuerst da sind. Hey, was hast du denn gegessen? Ich hab einfach hier gerade ein paar Pilze gegessen. Ich hab jetzt keinen C4 mehr. Seil. Und 8 von 8. Nein, ist okay. Digga, da ist eine halbe Armee. 2, 4... 19 oder sowas. Hier ist es doch. Hä? Bist du kreuzbehindert? Ich schwöre, du stehst die ganze Zeit daneben und ich dachte mir, du gehst da extra nicht hin. Hey. Du bist so schlecht. Oh, Juni. Ja, Digga, nenn mich einfach den Reiseführer jetzt. Hab jetzt will ich nur noch der Reiseführer genannt werden. So. Ich hab's schon. Und hier ist auch nochmal ein Bild, Ehre. Hi, Jungs. Keinen guten Tag heute, oder? Ich hab's gefunden. Wie viele Uhren hast du noch? Ne Menge. Ich will auch mal eins machen. Ah, ich bin reingefallen. Okay, das war Part 4, lol. Jetzt fehlt noch eins. Hier, hier, hier. Hier ist eine, hier. Sie ist in den Boden geschwommen. Hier ist es. Ich hab's gefunden. Wann es war? Boom. Boom. Und sei. Ich hab' nur Armut überkommen. Alle benutzen Teile. Standardgrad, hoffe ich mal. Ja. Okay, easy. Craften wir die Pistole. Hallo. Let's go. Was? Hallo, ich hab' eine Pistole. Hallo, Gerd. Ich hab' eine Pistole. Oh, hier ist einer. Lass dir mal testen, die Pistole. Hallo. Lol, er hat überlebt. Das war ein übelster Headshot. Er kletterte den Baum hoch. Ja, wir haben heute die nicht ganz so geile Pistole geholt. Und die viel geilere, ähm, Leuchtpistolen-Pistole. Feuer frei. Boah, tschuuh. Ja, die ist irgendwie auch nicht so geil. Also, aber ich glaub', das mussten wir eh noch für das eine jetzt Schieffeld machen, weil das gehört auch dazu, dass du's craften musst, glaub' ich. Egal, jetzt haben wir die auf jeden Fall mal gehabt, die Pistole. There we go. Ah, das Waldleben ist anstrengend, oder? Was sagst du? Der Wald. Der Wald. Okay, ich hab' einen. Ähm, das wird jetzt ein bisschen brenzlig. Der Häuserl ist tot. Ich muss Pidercraften. Ich stell' mich kurz wohin, warte. Wir gehen in die Base. Ich feite hier ein bisschen. Oh Gott. Ja, macht Spaß, wenn drei Mutanten auf dich attacken. Ich muss kurz die Rüstung anziehen. Ich hab' nur noch zwei Rüstungen. Wenn der T-Rex mich down, bin ich tot. Ich hab' bloß noch eine Rüstung. Ich muss auch rein. Der blockiert die Tür. Ich muss... Jetzt ist sie durch. Ich hab' Giftpfeiler. Ich bin, stell' mich kurz hierhin. Molotov. Der Holzweiler ist tot. Ehre. Spinne ist duckt an unserem Lagerfeuer. Au, er hat Schadenschutzwerk gemacht. Meine Rüstung ist leer. Spinne ist busy mit irgendwas zerstören. Mit mich zerstören. T-Rex ist vergiftet und macht nichts. Huuu. Er hat mich... Ähm... Digga. Alter. Er hat mich gegen die Wand geschleudert. Ich cross' der Map. Aua. Ich hab' keine Rüstung mehr. LOL. Er hat den Bauchklatscher gemacht. Ich hab schon wieder keine Pfeile mehr. Ich spinne. Ich bin jetzt schon. Okay, T-Rex ist blit. Okay, nice. Auch tot. Alter. Zeig mir, wo du ein gegnerisches Totem siehst, Digga. Überall. Hä? Äh, nur. Komm her, bei mir. Komm her. Wo? Ja, hier sind überall. Guck, Stream, du Sack. Das kannst du mir nicht erzählen. Das hier. Da ist bei mir nichts. Das hier. Da ist bei mir auch nichts. Das hier. Da ist auch nichts. Hier. Du schlägst einfach in die Luft und es droppen Items. Hier. Was du das? Nein. LOL, warum schmeißt du die Sprühdose weg? Ich glaub die war leer. Hä? Man kann ja Sachen drin kochen. Tu ein paar Beeren rein. Und jetzt? Ihh, kein Fleisch. Das ist ein Hase. Ich mach noch ein Bein rein. Ein Bein. Junge, das sieht so eklig aus. Und das weiß aus. Perfekt. Hab ich ein Bein reingemacht? Nein. Ich hab gar keine Beine. Warum soll ich Beine haben? Ich hab deinen ganzen Crab da reinzulegen. Junge, das sieht so... Isst du's gerade? Nein, ich hab den Freistoff getan auf Seil. Jetzt kann man's essen. Bro, du hast alles auf einmal geg... Bis ich dich geschüttelt hab. Bist du mir verloren. Das ist wahrscheinlich der Omega-Snack. Ja, ich hab meinen Top immer noch hinter. Du bist so scheiße. Ich als erstes. Tschüss. Ich trinke noch ein bisschen Soda mit. Ich trinke noch eine Soda und dann... Ich hab's noch nie benutzt, den weh. LOL, hier war ein Kompass. Gerd, hier ist der Kompass. Hier ist die Map. Digga, wir haben die Map gefunden. Easy. Überall CD-Player. Alter, was ist das? Haben wir die Kamera? Nee. Guck mal hier rein. Unendlich viel Dynamit. Und hier sind Electronics. Noch mehr Pfeile. Hier sind die guten Pfeile. Was? Ich will gute Pfeile. Dann ist der Bogen hier. Warte. Hier ist... Oh, hier ist die Axt. Die moderne Axt. Hast du sie gesammelt? Ja. Alter, nice. Okay, chillig. Und wo ist der gute Bogen? Ganz viel Ding. Ich weiß es nicht. Flohpapier? Was ist das? So das. Hier ist nochmal ein Tape und ein Pinsel, Leute. Ein Pinsel und ein Bild. Ja, jetzt guck ich deinen Pinsel an und nicht dein Bild. Das Bild. Ich wollte auch das Bild angucken. Irgendwas zum Angucken. Ein Roboter-Teil. Verdammt, nein. Er lebt noch. Mach deinen Schein schnell. Hast du es jetzt? Ich bekomme das nicht. Ich habe es schon zehnmal vor dir gemacht, bevor du es bekommen hast. Zwei Babys. Sag nicht so. Digga, die Fallen sind so scheiße. Digga, das ist ein Cage. Das ist nicht die Falle. Das ist ein Cage, du Noob. Wie geht die Falle? Eine Falle und kein Cage, du Cake. Wo ist die? Mach es da, wo ich es gemacht habe. Dann lass da jetzt hintravelen. Lauf hinter mir her. 35 Stärke, Athletik 35. 35? Ich habe doppelt so viel immer noch. Hä? Digga, du hast es hingebaut, wo null Fische sind. Doch, der schwimmt da gleich hin. Er schwimmt da gleich hin. Komm, Fisch, schwimm in meine Falle. Ja, 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 der schwimmt gut. Der schwimmt gut, Gerd. Ja. Nein. Der Boden brennt. Doch, er ist drin. Hast du es bekommen? Nein, ich bek- Nein. Es ist schon wieder einer gefangen. Hier, das ist in deiner Falle. Ah, hier ist ein Höhleneingang. Lass hier rangehen. War hier nicht auch irgendwo ein Roboter-Teil? Oh, hier sind neue Passenger. Gerrit. Hier am Boden. Oh, zwei Arme und Uhren. Guck mal, hier am Boden ist ein Roboter-Teil. Elektronik. Neuer Eintrag. Alter, was machst du? Random ein Feuer hier hin. Das habe ich nicht da platziert. Das war von den Schwänzen da. Jetzt brenne ich. Wenn wir da halt so runter droppen, kommen wir nie wieder raus. Perfekt. Ciao, geht. Oh, ich bin gleich Luftdrauen. Hä, geh doch einfach wieder nach oben hier. Hä, ich kann nicht nach oben. Wie geht man nach oben? Hier, bei mir, bei mir, bei mir. Ah, mein Leben. Ich bin Half-Life, Digga. Mein, Digga, die Leben gehen ja so schnell runter, wenn du ertrinkst. Oh, mein Gott. Ja, wem sagst du das? Warum erkennt man unter Wasser eigentlich nichts? Weil. Hier ist die Motorsäge. Hab sie. Erster. Hab sie. Ich habe gewonnen. Passant, hier irgendwer gefunden. Ich trinke von irgendwo. Was habe ich gerade getrunken? Und dann. Ah. Null ist aktualisiert. Ja, bei mir auch. Oh, da laufen ganz viele. Sie laufen einfach aus dem Steigen raus. Aber warum ist da unten in Nass? Warte, ich kann mich drum filmen, warte. Hasta la, wie ist das denn? Haltfleisch. Ich bin schon wieder. Du genießt nicht einfach hin. Du bist so ein Spass. Kletter runter, nicht wieder hoch. Hä? Tschüss. Ich kann schon wieder trinken. Was kann ich denn trinken? Irgendein Schwachkopf hat eine Leer hingeschmissen. Hier ist eine Kassette. Nee, das ist der Rekorder. Spiderman. Spiderman. Du stirbst noch, Digga. Ich hole dich nicht. Ja, das ist der Rekorder. Das war der Rekorder. Ah. Ich bin ins Wasser gefallen. Und jetzt sind wir hier stuck einfach. Geil. Nein, wir haben noch das Settel. Da oben ist noch eine Frau. Schieß die mal ab. Ich schieße die ab. Die ist neu. Wo? Du rüßt dir den Bogen aus, du Schwanz. Hans, geht's ein Flammenwerfer. Okay, der Pfeil prallt nur ab. Perfekt. Und jetzt bommelt sie durch die Gegend. Schön, das war's. Au, er schlägt mich. Ich hab gerade eine Rüstung von einem scheiß Baby verloren. Und noch eins. Selbe. Hier, da sind noch welche. Oh, hier ist ein Bild. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Hallo. Jetzt. Oh. Oh, hier ist ein neuer Flugzeug mit Flieger. Lol. Sind wir hier nicht hergekommen? Nein, wir sind hier nicht hergekommen. Gar nicht laut. Ah, Digga, ein C-Rex. Du hast ihn aufgeweckt. Was ist los mit dir? Ah, ich hör ihn. Ah, er ist neben mir. Ein Armsie. Ein Holzfäller. Ein Armsie. Bestimmt, sie weiß noch was. Hilfe, 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 Hilfe. Ich bin stuck. Ich seh nichts. Ich auch nicht. Er ist so hell. Ich mach Feuerpfeil. Ich mach Feuerpfeil. Oh, ich seh wieder was. Brenn wieder. Ich mach ne Flair. Warte, okay, er ist tot. Ich hab ihn. Ich kling schon wieder. Hast du gerade von ihm getrunken? Lol, hier liegt einfach... Oh, ich bin voll mit Mutanten. Gute Anlema. Ich hab ihn. 911. What's your emergency? Ich brauch Verstärkungen hier. So ein ganz... Oh, ich bin voll mit Mutanten. 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 Oh, ich bin voll mit Mutanten.